Zu diesem Zwecke haben wir uns zusammengefunden, weil wir jetzt den Bau des Freibades Bobbad starten wollen. Und wir sind gut vorbereitet und hoffen, die Baumaßnahme zügig zum Abschluss zu bringen. Das wird aller Voraussicht nach die Freibad-Saison 2019 nicht mehr erreichen. Das ist leider so, weil Schwimmbadbau mittlerweile eine komplizierte Angelegenheit ist und viele Fachfirmen zu akzeptablen Preisen hier in Bobbad beschäftigt werden wollen. Aber spätestens 2020 wollen wir dabei sein. Wir haben ein Gesamtkostenvolumen reinbezogen auf das Freibad von 3,9 Millionen Euro. Wir wollen allerdings noch mehr machen mit Unterstützung des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums. Wollen wir den Mittelbach, der durch das Gelände fließt, renaturieren, sodass die Gesamtmaßnahme einschließlich Renaturierung sich auf 4,4 Millionen Euro beläuft. Wir rechnen mit einer weiteren Bewilligung durch das Umweltministerium. Der Fördersatz, man kann es offen sagen, ist geringfügig großzügiger. Aber die Maßnahme wird mit 90 Prozent gefördert, wobei noch nicht ganz klar ist, was förderfähig ist und was nicht. Aber sodass wir an Landeszubendungen anschließend dem, was jetzt hier aus dem Innenministerium kommt, die Millionengrenze überschreiten werden. Also herzlich willkommen hier in Boppert zu diesem wichtigen Anlass. Und die Briefportogebühren sind gespart. Das spricht für eine effizient geführte Landesregierung. Und es ist in einem auch ein weiteres Anliegen hier in Boppert, was wir starten wollen, in einem mit im Paket. Boppert ist der zweitälteste Karmeliterstandort im Rheinland, der dritte in Deutschland nach Köln und Würzburg. 1226 schon in der Pulle von Papst Roman VI. erwähnt. Bedeutung von Boppert und dieses ehrwürdige Kloster wollen wir jetzt sanieren als Verwaltungsgebäude mit einem Kostvolumenstand 2018 von 8,5 Millionen Euro. Und hier wird das Land uns auch kräftig unter die Arme greifen, sodass wir dieses Vorhaben ebenfalls zügig und gut abschließen können. Also herzlich willkommen, alter Spruch. Der Onkel, der was mitbringt, ist einem lieber als die Tante, die Klavier spielt. Naja, also mit meinem Klavier ist es nicht weit her. Ich weiß auch, dass das Umweltministerium wirklich großzügig fördern wird, um auf die Million zu kommen. Den kleinen Betrag von 890.000 habe ich schon mal dabei. Der Rest darf dann die Kollegin machen. Aber es ist ja eine lange Geschichte. Und ich stehe zwischen zwei Herren, denen ich in der Frage Freibad jetzt als Innenministerin immer begegnen möchte. Jedenfalls nach dem heutigen Tag entspannter begegnen kann. Also immer, wenn ich den Fuß auf Bobber der Boden gesetzt habe, dann habe ich den Nico an der Seite stehen gehabt. Entweder hat er so einen Planschbecker aufgebaut oder sonst irgendwas. Der Bürgermeister hat einen dauernd abgegriffen. Und dann ist mir das Erdbahnleit und denkt, jetzt müssen wir mal anfangen. An Zukunftsfrau, was ich habe es gelesen, irgendwo stand es. Was ich ernsthaft sagen will, ist natürlich, ist absolut nachvollziehbar, trotz einer immer mal wieder in den Raum gestellten hohen Schwimmbadstichte in meinem Hund zurückkreis, die ist vorhanden, dass Bobbert die Perle am Rhein natürlich hier wieder schwimmen ermöglichen möchte. Das ist vollkommen klar. Und das haben wir auch genauso gesehen. Wir haben jetzt die Hausaufgaben gemacht. Es war ein schwieriger Diskussionsprozess in der Stadt. Das habe ich als Nachbar immer mitbekommen. Aber ich finde, es ist einfach ein gutes Signal jetzt, wo es mit dem tollen Wetter losgeht, dass die Leute wissen, eine Saison wird es nochmal dauern. Das kriegt ihr, glaube ich, nicht hin, dass ihr dieses Jahr schwimmen könnt. Aber dann ist die Situation in diesem ersten Schritt freibad klar, wie die weiteren Diskussionen im Stadtrat laufen. Das müsst ihr hier vor Ort entscheiden. Wichtig ist aber, dass wir diesen Schritt erreicht haben. Und Kamel-Litter-Gebäude sind wir auch kräftig daran am Arbeiten. Ich glaube, dass der Rechnungshof auch nachvollziehen kann, wie die Argumentationsführung, die ja von uns beiden gemeinsam geführt wird, ist. Und deswegen fangen wir heute mal hier mit an. Lieber Herr Bürgermeister, herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Lieber Walter, das ist das Schreiben des Innenministeriums, auch schon mit den Unterlagen der ADD. Damit könnt ihr jetzt quasi loslegen. Also, vielen Dank. Herr Innenminister, schön, dass wir so hohen Besuch in Poppard haben. Ich will gar nicht so viele Worte machen, weil es geht nicht um mich jetzt, sondern es geht tatsächlich um unsere Bürgerinitiative. Auch jetzt als Sprecher mit der Eva Schneider zusammen. Natürlich nehmen wir das jetzt sehr zur Kenntnis. Und Herr Bürgermeister, wir freuen uns, dass es den Bewilligungsbescheid jetzt gibt. Nur im Sinne der 7.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gucken wir auch so ein bisschen auf die Uhr oder auf den Kalender und stellen fest, es ist 2019. Wir wissen auch, die Abrissarbeiten sind jetzt ausgeschrieben hier für dieses Gebäude und für zwei andere Gebäude. Und ich glaube, dass wir im Namen aller Unterstützerinnen und Unterstützer sprechen, wenn wir sagen, wir freuen uns sehr, dass der Minister jetzt da ist. Aber wir würden uns noch viel mehr freuen, wenn nach den Abrissarbeiten auch endlich mit dem Spatenstich begonnen wird. Und wenn endlich die versprochenen Bagger rollen würden. Und wir glauben, dass heute nicht nur vom Wetter her, sondern insgesamt ein sehr guter Tag dafür ist. Und wir sind sehr, sehr optimistisch, aber bleiben auch kritisch und werden das sehr druckvoll, sag ich mal, begleiten. Wir schauen, welche Planungen dann in der Stadtverwaltung kommen. Ich freue mich sehr, dass sehr viele aus dem Ortsbeirat oder Kollegen aus dem Stadtrat auch über die Parteigrenzen hinweg jetzt da sind. Wir begleiten das weiterhin kritisch und wünschen uns im Grunde nichts anderes, als dass es nächstes Jahr dann endlich losgeht. Und in dem Sinne, Herr Minister, Herr Bürgermeister, vielen Dank, dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie unterstützt auch heute alle da sind. Herr Minister, herzlich willkommen in Poppard, sag ich als Rehnser. Warum sage ich das? Weil wir Rehnser natürlich auch ein originäres Interesse haben, dass das Freibad wieder in Betrieb geht. Viele Rehnser wissen diese, sag ich jetzt mal, Angelegenheit hier zu schätzen. Herzlichen Dank, dass Sie mit vollen Taschen gekommen sind, mit leeren wieder zurückgehen. Wie kam es zu dieser ewig langen Wartezeit von zehn Jahren? Naja, das weiß man, glaube ich, wenn man die Situation hier in Poppard beobachtet. Das ist jetzt weniger die Frage der Förderbehörden, der ADD oder des Innenministeriums. Man hat hier lange diskutiert, was der richtige Weg ist. Ich habe dann irgendwann auch gespürt, dass es eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung in der Bevölkerung gibt. Ich freue mich, dass die Bürgerinitiative heute dabei war, dass diejenigen, die auch auf der Straße sozusagen für dieses Freibad gekämpft haben, sich heute gezeigt haben. Das ist ein gutes Signal und ich konnte 890.000 Euro als Zuschuss mitbringen. Und das ist jetzt für jeden klar erkennbar, jetzt geht's los. Da haben Sie eben noch einen Schein aus der Tasche gezogen. Was war denn das? Ja, wenn man weiß, wie die Stadtverwaltung hier in einem alten Klostergebäude untergebracht ist, weiß man, dass da Sanierungsbedarf da ist. Die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anrecht darauf, dass sie auch ordentlich untergebracht sind. Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die des öffentlichen Dienstes. Und die Stadt Poppard sagt, wir wollen dieses Gebäude sanieren. Wir wollen es auf den Stand der Zeit bringen. Und das unterstützen wir natürlich. Und in dem Fall sind weitere 4 Millionen Euro als Bewilligungsbescheid heute übergeben worden. Besuche wie Sie sind natürlich in so Kommunen wie der Stadt Poppard, die, wie jede Kommune, denke ich mir immer, irgendwo ein bisschen klammig sind, immer wieder gern gesehen. Wann kommen Sie nochmal her? Naja, jetzt fahre ich erstmal nach Ingelheim, die reichste Gemeinde in Rheinland-Pfalz besuchen. Und von dort weiter nach Harnhofen und irgendwann führt der Weg wieder nach Poppard zurück. Ich glaube, ich bin relativ regelmäßig als Nachbar hier Gast. Die Stadt ist sehr, sehr schön, ist sehr gastfreundlich. Und dann kommt man auch gerne mal auf diese Rheinseite. Das sind wir natürlich in Rehns auch. Ich sage jetzt mal, mit so einem Handgepäck sind Sie uns auch in Rehns immer herzlich willkommen. Immer wieder gerne. Rehns ist natürlich auch eine tolle Stadt. Und wenn man aus der Region kommt, dann kennt man seine Nachbarn. Dann kennt man auch das wunderschöne Rehns. Und wenn dort Maßnahmen sind, in der Stadtsanierung, andere Dinge mehr, gibt es ja auch immer die Unterstützung aus dem Innenministerium. Ja, ich erinnere mich nur noch an die Stadtmauer, die auch, sage ich jetzt mal, sehr intensiv vom Land gefördert wurde. Herr Minister, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Erscheinen. Vielen Dank und den Rehnserinnen und Rehnsern ein richtig schönes Osterfest. Vielen Dank. Vielen Dank.